So, ein neuer Versuch. Sonja, ich weiß, was du gestern gegessen hast. Was denn? Lebensmittel. Du hast es herausgefunden. Ihr zwei seid voll nicht witzig. Halt die Fresse. Du schaffst das. Ich glaube an dir. Ich mach das super. Du machst das super. Wir sollten uns sowieso beeilen, weil irgendwann, glaube ich, haben wir zu viel aufgenommen. Dann sagt Fraps wieder, ey, der Speicherplatz ist wohl. Sie haben nur noch 40.000 Gigabyte. Passen Sie mal ein bisschen auf, sonst könnten Sie Ihren PC überlasten. Der kann nicht so viel tragen, sonst hebt er sich noch einen Bruch. Oh, und dann, ey. Dann springst du voll in den Pinguinen. Das sind keine Pinguine. Schledermauspampage. Ja, Papageien. Das war das Wort. Papageien ist ein sehr schweres Wort, ich weiß. Vorsichtig. Oh mein Gott, was ist das da? Mach Konzentration. Gewick. Ganz vorsichtig. Du kannst dir Zeit lassen, sonst... Der Screen erquetscht dich dann nur. Nein, das wollte ich doch nehmen. Junge, Junge. Das ist das schlechteste Mario Let's Play, was ihr auf YouTube finden werdet. Ja. Ist dir auch nicht schwer, ne? Nö. Das ist... In die andere Richtung ist ja nicht mehr viel Spielraum. Nee. So, warten. Warten. Genau, ein bisschen gegen die Decke gucken. So, jetzt lauf. Ey. Lauf. Und? Mit Anlauf jetzt springen, sonst stirbst du. Hui. Sehr gut. Jetzt nicht sterben. Bitte. Oder hol zumindest ein Checkpoint oder so. Na, Röhre. Rein. Rein. Da geht's nicht rein. Der pinke Pfeil. Das ist das Ziel. Ja. Ja. Jetzt sterben wir noch. Achtung. Nein. Außer wir bleiben jetzt hier stehen, bis die Zeit vorbei ist. Sonja wieder am Latten... Ja. Ja. Ha. 19. 19. Oho. Denkst du jetzt, du bist cool oder was? Jetzt hab ich dich gebisst. Boah, fuck. Können wir nicht einfach so zwischendrin speichern? Ich hätte jetzt nämlich gute Lust, mal die Aufnahme zwischendurch auch zu beenden. Ja. Das Ziel gibt's nicht. Äh, ja. Guck mal, ob wir speichern können. Aha, hier kann ich dir also Leben geben. Ähm, nein. Gib mir mein Leben wieder. Ähm. Äh, was geschenkt ist, nimmt mir nicht mehr zurück. Ich schon. Ich bin Mario. Ich darf mir alles erlauben. Ich bin reich. Gut, dann müssen wir wohl fertig spielen. Wir werden gezwungen zu spielen. Ghost House. Viel Spaß. Nene, 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 nene. Nene, nene, nene. Ich glaub, die werden... Hui, buh. Hui, buh. Nein, das sind Buhus, die sind viel... Aber Hui, buh hört sich besser an. Springen ist eine schwere Sache, ich weiß. Du machst das super. Kann ich jetzt mal wieder die Sache hier retten. Natürlich. Ich sag doch, Luigi macht alles und Mario, der Heimstern, den Ruhm dafür ein. Normal. Das nennt man Arbeitsteilung. Das ist ganz super. Das sollten wir auch mal im Real Life ausprobieren. Du gehst arbeiten und ich krieg deinen Lohn. Das ist auch beim Geschlechtsverkehr so. Der Mann hat seinen Spaß und du kriegst die Kinder. Was ist das? Hä, wo bist du denn jetzt? Du schaffst das schon doch irgendwann. Ich glaube an dich. Was soll ich jetzt machen? Nicht runterspringen? Nein, gegen den Block, oder nicht? Aber ich komme ja nicht mehr hoch. Doch, wenn du nicht den Drehsprung machen würdest, sondern normal springen würdest. Würdest du das schaffen? Viel Spaß. Das ist mein letztes Leben. Und jetzt ist schon wieder jemand in Skype online. Ich krieg gleich das Kotzen. Ich nehm nie wieder Togeathers auf. Sonja, raus. Pa! Pa! Pa-pü, pa-pü. Fü-nü-nü-nü. Fü-nü-nü-nü. Das musst du jetzt schaffen, gell? Das ist dir schon klar. Oh mein Gott. Ich mag die Geister, die die Zunge draußen haben. Die sind voll crazy. Die haben die Zunge draußen. Die sind voll evil. Hm, das geht wieder nicht. Mystery-tudulutututututututus. Aber die bewegen sich nicht, wenn du sie anguckst. Und dann wieder... Ich sehe alles. Nein, geh von dem Schalter weg. Von dem Block. Ja, hallo? Lockst ihr alle rüber. Ich glaub, ihr hinkt's. Ich sehe nichts. Nein, nein. Was hast du gesagt? Wie komm ich da jetzt auf? Kann ich durch die Treppe springen? Ich probier's einfach. Haha. Höh. Ähm. Ganz toll. Geh doch mal raus da. Ich krieg gleich das Kotzen. Das große Kotzen. Wo muss ich hin? Wo muss ich den benutzen? Bist du mir wieder mitdenken? Oder was? Das haben die Illuminaten damit zu tun. Ich hab jetzt den Schalter und jetzt geh ich wieder raus. Ich rutsche die Treppe runter. Ich benutze den jetzt einfach. Wurscht. Aha. Game over. Ich hab auch nur noch eins, oder? Ich glaub, du kannst mir jetzt keins vergeben. Das heißt, das war's jetzt. Oder? Hier, nimm mein letztes Leben, damit ich sterbe. Nee, es geht nicht. Mach das mal weg. Drück einfach irgendwelche Knöpfchen. Genau. Supi. Du musst das jetzt schaffen. Jetzt weißt du wenigstens, wie's geht. Du warst ja schon soweit. Nur mal dran denken, du musst sie nur angucken. Dann tun sie dir nichts. Weil sie können ihrem Opfer nicht direkt ins Gesicht sehen. Das macht sie psychisch einfach so fertig. Das war jetzt irgendwie pro-like. Dich hat so gar nichts interessiert. Du rennst einfach durch. Screw the rules, I have a pink cap. Äh, nein, a green cap, wollte ich sagen. Oh, ja, pink und grün, das ist ja eigentlich dasselbe, ne? So, durch die Treppe. Durch die Treppe, genau. Ist eine Rolltreppe, musst aufpassen, da rutscht du immer. So, jetzt dem Pfeil folgen. Diesen unauffälligen Pfeil. La. Was ist dort drin? Illuminatenwerk. Eine Treppe aus, was? Man sollte aber erst mal hochkommen, ne? Du schaffst das schon noch irgendwann, ich glaube an dich. Ah, scheiße auf die Münzen, geh einfach durch. Wer braucht schon Münzen? Ich meine, du hättest dadurch nur ein Leben gekriegt, aber sonst... Ja, ja. Hä, und jetzt? Das hat sie jetzt erfolgebracht. Super. Hä? Mhm. Ich, ich verstehe nicht ganz. Nicht zu nur du. Äh, ja. Nochmal der ganze Spaß. Supi. Oder vielleicht am Anfang dann irgendwo eine Tür? Aber ich komme ja gar nicht mit dem Anfang zurück. Doch, du musst dann einfach aus der Karte rauslaufen. Mach nochmal. Nochmal? Ja. Also glaube ich jetzt. Anders kann ich mir das ja nicht erklären. Ah, das geht das ja gar nicht. Das Spiel verarscht uns. Ja. Die Leute sitzen jetzt auf... Oh Mann, wie kann man nur so blöd sein? Du musst da durch. Jetzt renn. Renn. Du hast nur begrenzte Zeit, wie das Ding hält. Renn. Renn. Nein, nicht da durch. Ach, sorry. Noch einmal. Große Gesichtspalme. Ganz große Gesichtspalme. Weil es ja so viel Spaß gemacht hat. Noch einmal. Wir werden nie erfahren, wie wir weitergekommen wären. Wie wäre es mit unseren Helden weitergegangen? Wir werden es nie erfahren. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Bis hierhin. Ich hoffe, der Schaden ist nicht zu groß bei euch. Ach, wahrscheinlich laden wir das sowieso nie hoch. Einfach weil... Weil zu schlecht. Und ja. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.